Warten wir einmal ab. Sehr schön, das passte doch jetzt schon mal. Da ist er. Und wieder runter. Wir können eigentlich auch vernünftig einparken, wenn wir schon mal da sind. Ich höre da doch schon wieder was. Wo ist er? Da ist er. Komm, lauf. Ich will ihn jetzt mal erwischen da hinten. Nee, dann erwischen wir ihn eben nicht mehr. Schade, dich kriegen wir nicht mehr. So, jetzt möchte ich nur einmal kurz nachsehen, wie ich Granaten auswählen kann. Sekunde, das war ein Maus- und Tastatur-Setup. Helikopter-Senkrecht-State gibt's auch. Sieh mal an. Interaktion. Fahrzeuge. Nein, Waffen. Waffen, da haben wir Waffen. Fernglas, Nachtsicht, Granate werfen. Hilfsmittel durchschalten ist die 5. Sprengstoff wählen ist 3. Nee, haben wir alles nicht. Das war's nicht. Option. Maus-Tastatur-Setup. Waffen. Granate werfen. Ausrat vor, runter. Kurzstreckenwaffe wählen ist 1. Sturmwaffe, Sprengstoff, Hilfsmittel. Ach, Granatentyp ist H. So, ich hätte jetzt gerne nämlich richtige Granaten und keine Flashbanks. Die bringen mir nämlich... Ja, das habt ihr gemerkt, als ich den Raketenwerfer gezuckt habe. Da ist er. Was ist der denn? Alter, versteck dich doch nicht so. Ich erleg dich eh. Ja, jetzt muss er natürlich nachladen. War logisch. So. Nein. Das Ding behalte ich mal ganz gerne. Danke. Sind wir hier richtig? Wir sind fast richtig. Wir müssen hier eben mit diesem Hügel hoch. Das ist nur die Frage, wie machen wir das am dümmsten? Ja, Atomziel. Das sollte man in meiner Gegenwart lassen. Kommen wir da gleich noch ein Atomziel um die Ecke. Gucken wir mal. Da hinten. Da kommen da gerade welche. Das lohnt aber noch nicht. Einzelschuss hätte ich gerne. Danke. Versuch's doch mal. Wenn du meinst, dass du mich kriegst. So, den haben wir. Immer schön im Kopf. Und tschüss. Nö, Maschinenpistole will ich nicht. Wenn, dann würde ich gerne den anderen auswählen hier. Gibt's hier noch was Nettes von dem Teil hier? Scheint nicht so. Dann lassen wir das. Dann nehmen wir erstmal den wieder mit. Hier sind wir richtig. Dann müssen wir lang. Alles klar. Freunde der Sonne. Jetzt gehe ich euch auf den Nerven. Spiel speichern. Einmal zwischendurch. Bitte, danke. So, dann gehen wir mal weiter hier. Da hinten hat's schon wieder. Ja, jetzt muss er natürlich erstmal nachladen. Komm, das kannst du eigentlich machen, wenn du die Waffe zückst. Den haben wir. Haben wir noch eine Rakete? Eine haben wir noch, falls was kommen sollte. Zum Beispiel der da hinten. Ja, rück doch mal. Was ist das jetzt hier? Du gehörst mir. Danke. Da hinten kommen jetzt noch mehr an. Nein, ist er nicht. Er hat nur deinen Kumpel irgendwie im Visier. So, den nehmen wir mit. Was? Was? Ich habe mich der Nura wieder gesehen gehabt. Tarnfeld aktiviert. Was? Das bestimmt da oben. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Latschen wir mal ganz gemäßlich hier drüben hin. So geht's nämlich auch. Man muss einfach manchmal Glück haben. Tarnfeld aktiviert. Ich weiß nicht, dass der hier so einen Krach macht. Das ist ja furchterlich. Maximale Panzerung. War hier nicht noch irgendwo so ein altes MG-Nest? Scheint nicht so. Da hinten, der kann uns aber nicht mehr erwischen. Tarnfeld aktiviert. Das heißt, wir werden jetzt hier mal so ein bisschen hinter der Deckung wieder springen. Da oben ist noch keiner wieder drauf. Stragland, ich nähere mich jetzt der Ausgrabungsstätten. Roger Nomad. Infiltrieren Sie die Vorschusskoppel und holen Sie Rosendall da raus. Ich schicke Ihnen einen Senkrechtstarter. Ah, das ist schön. Dann können wir uns ja einmal angucken, wie der Senkrechtstarter zu fliegen ist, falls wir dazu denn nämlich in die Senkrechtstarter da. Beschleunigen vorwärts, rückwärts. Nach oben ist Leertaste. Alles klar. Das scheint sich zu steuern. Wie ein Fußgänger, nämlich der Senkrechtstarter. Springen wir nach oben und so weiter und so weiter. So, ist überhaupt noch einer jetzt hier? Irgendwo wird hier bestimmt noch einer rumeiern. Ja, habe ich mir fast gedacht. So, Munition fürs Präzisionsgewehr bitte. Und vielleicht auch noch den einen oder anderen Raketenwerfer, der hier oben vielleicht noch rumliegt. Aber es scheint nicht so. Das nehmen wir mit. Fällt das nehmen wir mit. So. Den haben wir. Was? Wie? Wann? Wo? Da hinten. Huch! Hat er mich erlegt. Okay. Dann würde ich jetzt fast sagen, dass ich an dieser Stelle eine kleine Pause mache und sage, ich speichere einmal kurz. Laden speichern. Genau. Spiel speichern. Genau. Da. Hier. An der Stelle. Das ist zwar gerade nur einmal übergespeichert. Aber ich sage, bis später. Tschüss. Tschüss. Ja, hallo Freunde. Da bin ich auch schon wieder. So, letztes Mal waren wir ja hier wunderschön verreckt. Dafür haben wir jetzt auch noch ein bisschen Munition über. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt hier im Endeffekt hin mussten überhaupt. Aber wir werden mal gucken, dass wir jetzt hier ein wenig durch die Gegend eiern. Da war schon einer. Den hat er gar nicht mehr auf Agenda gehabt hier. Ja, ja. So. Tarnfeld aktiviert. Der war da hinten mal nicht irgendwo. Da hinten ist er. Da ist die dumme Sau. Versuchen wir das Ganze doch mal von weiter nahe ranzukriegen. Den haben wir anscheinend erlegt. Da ist jetzt keiner mehr. Die rennen da hinten gerade alle hin. Dann schalten wir mal in den Burst-Modus. Und, äh. Da reden wir jetzt gerade reichlich. Na komm. Wow. Ja, die hat's gebracht. Ich bin besser als ihr. Na gut, ihr seid NPCs und ich nicht. Aber ich hab auch so einen schicken Anzug. Den habt ihr auch nicht. So. War ich das gerade? Gehen wir mal einmal gucken, was die Jungs so für uns haben. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Die Pistole ist voll. Das nehmen wir auch mit. Einmal reload. Gut. Ab und zu werde ich eine kurze Aufnahmepause machen müssen. Aus dem einfachen Grunde, weil die Festplatte sonst nicht hinterherkommt. Und, ähm. Der Ton dann etwas asynchron wird. Das hat... Letztes Mal hatte ich das nämlich gesehen. Du hast mich nicht gesehen. So. Da haben wir auch schon was. Ne? Den nehmen wir mit. Und da geht's auch schon los. Sekunde. Einmal unterbrechen. Und da kann er auch schon weitergehen. Was? Hab ich denn jetzt gerade die Waffe gewechselt hier? Das hatte ich jetzt aber gerade nicht vor. Das hat er vorgehabt. Gehen wir mal wieder auf Tarm-Modus. Guck mal. Irgendwo war der hinten eben. Ja, genau. Das hat er vorgehabt. Ja, aber du siehst mich ja nicht mehr. Ja, aber du siehst mich ja nicht mehr.